Oh ja, oh ja, also Tobi auch mit seinem Ding davor im Gesicht, also ordentlich. Oh nein, die Tobi, dass ich mich geredet habe, also spätestens in der Heimestunde muss ich erst hier weg sein. Dann kommt der, der so ein Name nicht genannt werden darf online und der sollte mich hier nicht sehen, Sonst muss ich mich hinter irgendjemanden von euch verständen. Kaffe, was schließt denn da so rum? Ja, genau. Richtig. Um nicht zu sagen, ich bin seit anderthalb Stunden ins Bett, ne? Das ist mal irgendwo anders. Was schließt denn da so rum? Was schließt denn da so rum? Würde Pate mitrehen? PATE! 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 Was schlieft den Boden mit rißen von dir? Hach! 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 Oh mein Gott! 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 Aber sehr schick, den wieder so brennt! Oh mein Gott! Warte! Ist dein Oni Gokko aus? Nein! Er passt in euch drüben im Kreis! Oh! Ja, aber du bist auf den Arm! Ich guck mal nicht mehr aus dem Boden raus! Schau's gut. Ich muss ganz schön aussehen! Was, was ist das? Wenn ich nicht wieder abschneiden... Ruhe! Ah okay! Oh Gott! Wieso mach ich keinen Haarkammel? Doch, ich komm! Später! Äh, Zoscha, du hast irgendwas vom Kopf, du! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Das war's, das war's, das war's. Tschüss. 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 Oh. Wir sind alle ganz normal. Wir sind ganz normal.